Hey Leute und damit Willkommen zu einer neuen Folge AboGames, mit dabei ist hier der Aimer und... Hallo. Ich habe eine ganz tolle Neuigkeit heute mal am Start, nämlich habe ich ein neues Intro von MikuroFX bekommen, der unten in der Videobeschreibung ist. Checkt den mal auf jeden Fall mal aus und... Dann würde ich einfach mal sagen, blende ich es jetzt mal ein auf 1, 2 und 3. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen und ja, wir haben hier einen guten PvPer als Gegner, den wir natürlich ens... ...sefficken werden. Oh Gott, wie try artest du eigentlich? Hey, ich spiele doch ganz normal. Huh? Das ist nicht mehr normal, was es da für Schläge gibt. Viele Leute beschweren sich, warum die Runden immer so kurz sind bei mir, aber ich bin halt so ein Typ, der eben kurze Runden auf den Kanal bringt. Hey Leute, wer geht alles dieses Jahr zu Gamescom, würde mich gerade wirklich interessieren, denn ich gehe, ähm, dieses Jahr auch noch, ich gehe nächstes Jahr zu Gamescom und... ...mich würde es wirklich interessieren, wenn ein paar Leute, ähm, mit mir hingehen, weil ich keine Freunde hab. Nein! Digga? Digga? Hallo, Digga? Rede mal. Heidi! Ja, und da haben wir ihn natürlich wieder. Ähm, ja komm, komm, jetzt verteile ich die Ping-Schellen. Wenn ich sag... Ich sag's dir, Digga, wenn ich mit so vielen Herzen gewinne, dann bist du aber nur Scheiß... Das ist der Ping, der deine Skills so beeinflusst, weißt du das? Dein Scheiß-Ping ist das schuld... Komm her, jetzt verteile ich auch mal Schellen. Nein! Ich bin zwar Scheiß im PvP, aber ich werde niemals aufgegen... Oh, fuck! Hast du gewonnen? Ja. Digga? Nogg, fick dich! Fick dich!